Alter, sitzt auf dem Huhn! Wie geil! Jo Leute, Hany hier und willkommen zurück zu Minecraft Sky. Ich habe natürlich ein bisschen nachgespielt. Ich habe mir das Buch gemacht. Da stehen noch ein paar schöne Sachen drin. Das man so machen kann. So, aber die Sachen habe ich noch alle gar nicht. Darum kann ich damit noch nicht so viel anfangen. Leider. Holz habe ich mir neu besorgt. So, eins brauche ich. Ich wollte nämlich jetzt den Analyzer bauen. So. So. Stellen wir es mal da vorne hin. So, ich versuche schon die ganze Zeit, das Skelette zu töten. Weil ich wollte unbedingt mal gucken, ob das hier klappt. Dann kann ich das ja mit dem Knochenmehl schneller machen. Da bin ich mir... Ach so, ja. Das war eindeutig mein Fehler. Ja. Der Bambus kann natürlich nur auf Sand gesetzt werden. Und... Ja. Was soll ich dazu sagen? Normal. So bin ich. Ach so. Analyzer wollte ich da hinsetzen. Wieso? Und dann gucke ich mal, was das überhaupt macht. Na, dann hole ich mal ein paar Sachen. Ich habe hier nämlich... Ist mir mal aufgefallen. Millionenkerne und identifiziert. Und genau das selber habe ich hier. Mal gucken, ob die dann... Später dazugehören. Na, Millionenkerne, ja. Gucken wir mal. Laufen. Tap. 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 Was mache ich jetzt hier? Da steht das... Growth 1, Gain 1, Stranger 1. Ja, also sehe ich die jetzt, die mir lohnt gerne mal. Und da haben wir nur 7, ne? Was wollen wir? Kann ich auch das hier? Ne, nur... Erde. Ja, das ist ja... Super. Halt. 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 Goloht. Ich weiß es nicht. Dink mir irgendwie nichts. Ach so. Tracht. 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 Aber die kann ich... Kann man mich hier reinsetzen? Ja, das ist ja komisch. Ein Bogen hab ich mir gemacht, um mal ein paar Kilpaar zu töten. Das muss ich hier erstmal alles wegstellen. Steine weg, Glasscheiben, Dummies Mateien. Habe ich da ein bisschen Erde? Brauche ich auch. Einmal brauche ich nicht. Aufhör ich ein paar Barretta. So. Ach, hier ist mir ein Creeper explodiert. Da muss ich die Treppe nachbauen. Ja. So. Wo ich jetzt weiter... Schön breit. Was kommt der Erde hin? Vielleicht... Nein! Das wäre es wieder gewesen. Ach, die Sonne geht unter. Ein bisschen ballen. Dann will ich da Gras sammeln machen. Ach so, erst mal... Mein Fehler... Ja. 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 doch noch eins breiter so ich will hier natürlich farmland machen damit der materia hinkommen warum brauche ich mal ein bisschen wieder und hier ist ein kleines beskin da hole ich mir jetzt er kommt runter ist ein zombie vorsicht zack hab ich dir noch nicht weg fast darunter geknallt die runde gehen brauchen größeres feld es kommt aber auch eine armee aber die zombies sehen schön aus was ist hier los ach du scheiße das war ja alter verwalter millionen essen ich bin nur ein seger nicht jetzt ein seger habe ich das dann stärke 1 und so erhöht sich das da brennen sagt was das denn nach ein kleiner zombie der sitzt krasse sache da kommt er das kras alter sitzt auf nun wie geil hallo nein alter was ist mit mir los ja geht doch nein schon wieder runter geknallt aber dafür habe ich jetzt eine feder und keine gras und mein bogen ist weg und meine zwei feine die ich hatte ein glück habe ich wieder die hälfte alter wie kann das passieren ich muss unbedingt die nächste zeit erst mal einen baum bauen einen achtenbaum im zaun das gibt es nicht da jede folge einmal sterbe das kann nicht sein ne nein nein schon wieder kein holz und schon wieder muss man bald dran glauben ach du kack die eisen noch nicht mal mehr eisen und der eimer ist weg ja da muss ich wohl wieder farmen so aber wir halten mal fest das klappt und ja das mit dem kürbis riecht mich ein bisschen auf soll ich da mal nachkommen einmal helfen mir nach ne wenn schon nichts in der folge passiert ist außer dass ich gestorben bin alter saß der auf wohnen helfen wir mal nach hier das mit dem kürbis riecht man jetzt aber ernten dann passiert da noch was neues oder ist das wieder total um arsch das habe ich natürlich wieder alles verbraucht ach wir halten fest ich bin andusel und komme nicht der weg ist auch ziemlich nähe der weg ist dazu schmal so ich habe das mal wieder schön für euch für mich natürlich super guckst du ein ich brauche ich und dann sage ich mal wir sehen uns das nächste mal in der nächsten folge tschau